Wir können Wachstum kontrollieren, wir können es messen, wir können monitoren mit unserem Messprogramm, wo Anneliese etwas überzählen soll. Aber natürlich gibt es auch ohne Messen, können wir Themas sehen, wie der Glanz auf die Kälber, das Fell und die Kraft- und Rauchfutteraufnahme natürlich, Verdauung. Also auch ohne Messprogramm können wir viele Sachen jetzt sehen. Das Gewicht auf zwölf Wochen ist wichtig dabei, das gibt ein gutes Benchmark auch für andere Betriebe. Und wir können auch die Kostpreise berechnen, wie das kostet, die Wachstum. Jetzt etwas über das Messprogramm. Möchte ich Anneliese das Wort geben? Ja, genau. Ich komme mal zum Messprogramm, wie Harman schon angekündigt hat. Es ist natürlich wichtig, dass die Kälber gut wachsen und damit auch gesund sind. Es sind die Kühe von morgen, kann man sagen, bei den Babys nach der Geburt. Die werden natürlich auch oft kontrolliert und so machen wir das dann letztendlich auch bei unseren Kälbern. Genau, das ist unser Messprogramm. Hier ist jetzt eine Nullmessung. Hier waren wir auf einem Betrieb, der noch kein Kunde von uns ist. Und da fangen wir erstmal an, ein paar Kälber zu messen, um dem Betrieb darzustellen, wie aktuell der Stand ist, sage ich mal, oder wie die Kälber aktuell messen. Und da kann man hier vieles herauslesen aus dem Programm. Zum Beispiel, ja, die durchschnittlichen Tageszunahmen. Hier kann man sehen, dass hier im Schnitt die Kälber 827 Gramm wachsen. Und Harman hatte ja schon erzählt, dass die Kälber auch ein Kilo wachsen können am Tag. Somit kann man hier sehen, dass der Betrieb hier noch ein bisschen Potenzial nach oben hat. Der Gewicht bei den Kälbern an dem 84. Tag ist hier bei 99 Kilogramm. Und ja, wir wollen natürlich helfen, das noch ein bisschen zu verbessern, beziehungsweise zu optimieren. Ja, dann haben wir hier jetzt so eine schöne Grafik. Man kann auch beim Messen theoretisch feststellen, ja, das Abkalbealter, der Abkalbemonat. Und hier haben wir die Kurve eingestellt bei 23 Monaten. Und hier sehen wir die ganzen Kälber, die wir gemessen haben. Und es sind natürlich noch viele Kälber, die unterhalb der Kurve liegen. Die kalben somit unter den 23 Monaten ab. Also, ja, was weiß ich, bei 24, 25 Monaten oder aufwärts. Und es gibt schon ein paar, die eher abkalben. Und ja, das ist immer gut, wenn die, oder 23 Monate ist eine gute Zahl oder ein guter Abkalbemonat. Ja, ab dem Zeitpunkt letzten Endes kann man an der Milch Geld verdienen. Genau, und dann machen wir bei den Kunden von uns, machen wir, ja, das ist jetzt eine Beweismessung, sage ich mal. Und bei unseren Kunden machen wir das dann immer so aller sechs bis acht Wochen. Messen wir einfach nochmal durch und zeigen dem Betrieb oder dem Kunden, dass es tatsächlich funktioniert. Und dass es, ja, Verbesserungen darstellt. Hier kann man jetzt schon sehen, dass der Betrieb jetzt schon im Schnitt 931 Gramm Wachstum aufweist am Tag bei den Kälbern. Und das Gewicht bei 84 Tagen ist hier bei 111 Kilogramm. Also da kann man schon deutlich sehen, dass, ja, eine Verbesserung stattgefunden hat. Genau, und hier ist dann nochmal die Kurve. Und hier kann man schon sehen, dass die meisten Kälber oberhalb von der Kurve liegen. Es sind natürlich noch ein paar, die auch drunter liegen, aber die meisten gehen in die richtige Richtung. Und ja, das machen wir halt bei unseren Kunden ganz gern, um halt einfach auch den Kunden zu zeigen, dass, ja, dass man sich selbst als Betrieb entwickelt. Genau, wie das Ganze funktioniert, wie wir das messen. Wir haben da so ein Maßband und da messen wir den Brustumfang. Und anhand dessen kann man dann das Gewicht bestimmen. Und die ganzen Daten gibt man dann in das Programm ein mit Geburtsdatum. Ja, dann werten wir das Ganze natürlich aus, nachdem wir die Kälber gemessen haben, fügen die Daten ein und das Programm spuckt uns dann sozusagen die Daten aus. Und das diskutieren wir dann mit dem Landwirten oder mit unserem Kunden und, ja, besprechen, ob man noch gewisse Sachen verbessern kann. Und, genau, man könnte sich jetzt die Frage stellen, okay, macht das einen Sinn zu messen? Und, ja, funktioniert das auch? Wir haben natürlich jetzt ganz, ganz viele Daten von Kälbern, die wir gemessen haben. Ich sage jetzt mal schätzungsweise 10.000 Kälber, die wir gemessen haben. Und die Daten haben wir in Holland mal ausgewertet, sind auf den Betrieben zurückgegangen und haben uns mal die Fersen angeschaut von den Kälbern, die wir gemessen hatten. Und da haben wir uns die Milchmenge angeschaut oder wie viel Milch die in der ersten oder als Fersen gegeben haben. Und haben dann tatsächlich festgestellt, dass die Kälber, die am besten gewachsen sind, dass die auch die höchste Milchmenge hatten. Das ist halt sehr interessant gewesen, auch für uns. Hat uns unser Konzept letzten Endes nochmal bestätigt und dass, ja, wir damit Gutes tun letzten Endes. Und, ja, also es ist gut und man hat auch später Vorteile, wenn die Kälber gut wachsen und die Entwicklung auch einfach, wie Hermann schon auch gesagt hat, mit der Pansenentwicklung, die Zottenbildung ist natürlich auch sehr wichtig. Und dass das, ja, alles letzten Endes ein bisschen Sinn hat. Ja, wenn Sie jetzt natürlich neugierig geworden sind und wir bei Ihnen auch mal gern messen sollen, Sie auch vielleicht mal wissen wollen, wo Sie da so liegen mit den Kälbern, machen wir das natürlich sehr gern mal bei Ihnen. Dann kommen wir vorbei, messen Ihre Kälber mal und, ja, darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.